Liebe Kolleginnen und Kollegen von SRW Metal Float, wir wissen, ihr seid seit über 125 Tagen im Streik. Es ist im 21. Jahrhundert nicht mehr verständlich, dass ein Unternehmen, ganz egal aus welchem Land der Eigentümer kommt, hier in Deutschland es nicht schafft, sich an Recht und Gesetz zu halten. Im Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz ist klar geregelt, die Tarifauseinandersetzung und die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchzusetzen. Und deshalb rufen wir die Arbeitgeber dazu auf, mit euch gemeinsam, mit der IG Metall an eurer Seite, endlich dafür zu sorgen, dass es zu Tarifergebnissen und zu guten Arbeitsbedingungen kommt. Wir als SPD-Bundestagsfraktion stehen dabei an eurer Seite. Ihr könnt der Solidarität von uns sicher sein. Wir wünschen euch viel Kraft in der weiteren Auseinandersetzung und wünschen euch alles Gute. Wir wünschen euch viel Kraft in der nächsten Auseinandersetzung und wünschen euch alles Gute.